Gut, Big Pharma ist eng verbunden mit Big Finance. Pfizer selbst ist ebenso wie die zwei anderen großen Impfstoffhersteller AstraZeneca und Johnson & Johnson im Besitz der drei großen Finanzkonzerne BlackRock, Vanguard und der State Streets Corporation. Diese Investitionen haben sich ausgezahlt. In der Corona-Krise haben sich die Gewinne des Pharma-Giganten Pfizer von 9 Milliarden Dollar im Jahr 2020 auf 31 Milliarden Dollar im Jahr 2022 mehr als verdreifacht. Auch dank der engen Kooperation zwischen Pfizer und der EU-Kommission. Wegen des Impfstoff-Deals zwischen der EU-Kommission und Pfizer laufen derzeit Klagen gegen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen-CDU wegen der Vernichtung öffentlicher Urkunden und Korruption. Alter, was für ein Sumpf, ey. In ihrer Verantwortung waren Entscheidungen immer wieder zugunsten von Big Finance und Big Pharma ausgefallen. BlackRock wurde Berater in Klimafragen. Das Projekt Breakthrough Energy von BlackRock und Gates wurde gefördert und die Gentechnikregeln für Pflanzen sollen gelockert werden. Im September 2022 wurde von der Leyen von der Bill & Melinda Gates Foundation mit dem Goalkeepers Global Goals Award für die Verfolgung der Stiftungsziele in Europa ausgezeichnet. Gates spielt seine Rolle herunter. Die Philanthropie der grünen Milliardäre zeigt sich vor allem auf dem Feld von Klima- und Gesundheitspolitik. Besonderes Kennzeichen dieser Superreichen, ihre innere Harmonie von vorgeblich menschenfreundlicher Ideologie mit historisch herausragender persönlicher Bereicherung und skrupulosen Machtstreben. In den vergangenen 20 Jahren hat sich das Privatvermögen von Gates von 50 auf 108 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt. Das amerikanische Steuerrecht fördert die Stiftungsaktivitäten der Millionäre. Eine Spende von einer Milliarde Dollar hat einen Steuervortrag von 390 Millionen Dollar zur Folge. Die angeblich wohltätigen Aktivitäten des Bill Gates finanzierten sich also zu fast 40% selbst durch die Steuerersparnis. Hinzu kommt, dass die Stiftungen ihr Kapital investierten und Rendite erwirtschafteten. Die Stiftungen gehören zu den großen Geldgebern der global agierenden Investmentfonds und Kapitalsammelstellen. Bill Gates spielt seine Bedeutung herunter, indem er erklärt, er würde nur Geld ausgeben, seine Meinung sagen, aber Entscheidungen treffen würden andere. Wenn jemand so viel Geld auskippt und seine Meinung sagt, dann hat das Einfluss darauf, wie andere entscheiden. Absolut. Wer den Sprung aus dem Hinterzimmer auf die Bühnen der Politik gewagt hat, ist Michael Bloomberg. Ich möchte ganz kurz noch eräußern, Herr Gates war im Fernsehen für fast 10 Minuten, ja, im Deutschen. Und dann gibt es noch die von der Leyen, die zu ihm sagt, thank you for your leadership. Ne, nochmal, was das bedeutet. Was wir hier für eine Fake-Demokratie haben. Den Höhepunkt erreichten seine politischen Ambitionen mit seiner Präsidentschaftskandidatur für die US-Demokraten 2020. Für seine Präsidentschaftskampagne gab Bloomberg 188 Millionen Dollar aus. Doch dieser Versuch, sich die Präsidentschaft zu kaufen, scheiterte kläglich, da die Amerikaner noch gut Blombergs grünes Verbotsregime in Erinnerung hatten, das er als Bürgermeister von New York errichten wollte. Rauchen in Parks, Restaurants und Bars wurde ebenso verboten wie große Becher für Süßgetränke. Blomberg bade Radwege, während die Zahl der New Yorker unter der Armutsgrenze weiter stieg. Nach dem Ausseiten des Präsidentschaftsprojekts verlagerte Blomberg seine Ambitionen auf die internationale Ebene. Blomberg ist globaler Botschafter der WHO für nicht übertragbare Krankheiten. Was jetzt kommt, ist die globale Orchestrierung des Umbaus aller Systemen, um Pandemien vorzubeugen. Wenn Ausgieverbote nur umfassend und rechtzeitig verhängt werden, entstehen keine Pandemien mehr. Blomberg und der Präsident der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, veröffentlichten dazu am 3. Februar 2021 auf dem Nachrichtensender Blomberg den Meinungsbeitrag Stopping the Next Pandemic Starts Now. Daran heißt es, die Pandemie steht im Vordergrund der Aufmerksamkeit und es ist unerlässlich, dieses Gefühl von Trauma und Dringlichkeit zu nutzen, um damit zu Beginn dieses Thema aufzubauen, die uns bereit machen werden, wenn die nächste kommt. Also nutzt die Angst sozusagen, um es anzuschieben. Das ist die offizielle Variante. Die inoffizielle ist, wir machen viel Angst, um unsere Politik zur Herrschaft sozusagen durchzusetzen. WHO-Präsident unterstützt das Netzwerk. Denn es geht nicht darum, ob sie kommen, sondern wann. Dann ist auch die Linie von Bill Gates, der dem Thema ein ganzes Buch gewidmet hat. Äh, hab ich dann gesagt? Entschuldigung. Das ist auch die Linie von Bill Gates, der dem Thema ein ganzes Buch gewidmet hat. Dieses trägt den Titel, wie wir die nächste Pandemie verhindern. Darin forderte Gates eine Art globale Pandemie-Polizei mit dem Namen Global Epidemic Response Immobilization, die jederzeit eingreifen können sollte. Im Jahr 2021 startete die Rockefeller Foundation die Pandemic Prevention Initiative, für die sie 150 Millionen Dollar investierte und 40 Partner gewann. Im Verlauf dieser Initiative wurde das Pandemic Prevention Institute eingerichtet, das direkt mit der Weltgesundheitsorganisation kooperiert. In dem WHO-Präsident Gebreyesus besitzt das Netzwerk einen engen Verbündeten, der ihn bereits vor seiner Berufung verbunden war. Tedros Adhanom Gebreyesus wurde im Mai 2017 zum Präsidenten der WHO gewählt. Fünf Monate, nachdem die Bill & Melinda Gates Foundation offizieller Partner der WHO geworden war und mit ehrlich 600 Millionen Dollar zum zweitgrößten Beitragszahler der WHO wurde. Tedros war von Anfang an umstritten, denn er gehörte der marxistisch-deministischen Volksbefreiungsfond von Tigray an, die sich im Jahr 1991 in Äthiopien an die Macht putschte. Naja, na, die Marxisten, da sind sie wieder. Tedros diente dem Regime ab 2005 als Gesundheitsminister und zwischen 2012 und 2016 als Außenminister. Als Gesundheitsminister putschte er die großen Cholera-Epidemien, die vor allem in den Gebieten der Oromo wüteten, eine von der revolutionären Demokratischen Front unterdrückten ethnischen Minderheit. Als Gebreyesus zum Präsidenten der WHO berufen wurde, protestierten Äthiopier mit dem Slogan Tedros Light and People Died. Tedros offenbarte seine Verbindung zu dem diktatorischen Regime kurz nach seiner Amtsübernahme, als er den Diktator von Nimbabwe, Robert Mugabe, zum Sonderbotschafter der WHO berufen wollte. Was für ein Dreck, was für ein Filz, ey. Gebreyesus stand bereits als äthiopischer Gesundheitsminister in Verbindung zur Bill & Melinda Gates Foundation und zur Clinton Foundation. Zu den größten Spenden der Clinton Foundation gehörte neben der Gates Foundation auch der Children's Investment Fund und des Hedgefonds-Managers Christopher Hohn, ebenfalls ein Spender der Gates Foundation. Beide, die Gates Foundation und der Children's Investment Fund, sind Kooperationspartner des Pharma-Riesen Pfizer. Diese Verbindung ist auch für die Genese des WHO-Pandemie-Vertrags und der geplanten Änderung der internationalen Gesundheitsrichtlinien wichtig. Gebreyesus setzte zur Ausarbeitung der Vorlage das Independent Panel for Pandemic Preparedness, deren Vorsitzende, die frühere Präsidentin Liberias, Ellen J. Searleve, ein. Sie ist ebenfalls eng mit dem Netzwerk verbunden. 2017 geht Searleve ins Kreuzfeuer, als ihr Name in den sogenannten Paradise Papers aufgetaucht war, einer Liste korrupter Politiker, die ihr Geld über Offshore-Firmen ins Ausland geschafft hatten. Alter, ist das ein Sumpf, ey. Unfassbar. Das ist wirklich desillusionierend, ne? Also, aber meiner Ansicht nach muss ich jetzt schon sagen, eine hervorragende Arbeit von der Fondsstorch. Milliardäre wollen über Weltgesundheit entscheiden. Ein Jahr später gründete Searleve die Ellen J. Searleve Foundation zur Förderung der Geschlechtergleichheit. Ihr seht, die spielen alle die gleiche Agenda. Im Vorschnitt der Stiftung findet sich Jamie Cooper, die Ex-Ehefrau des Hedgefondsmanagers Christopher Hohn und Mitgründerin der Children's Investment Fund Foundation. Im Jahr 2020 erhielt die Ellen Searleve Stiftung von der Rockefeller Foundation eine Förderung in Höhe von 250.000 Dollar. Die schieben sich alle gegenseitig das Geld zu. Das sind riesige Netzwerke. Dazu sage ich auch Thomas Röper. Thomas Röper, der hat dann, denke ich, ein interessantes Buch zugemacht über die Corona-Krise und wie das vernetzt ist. Dazu dürfte einiges auch darin stehen, was hierzu passt. Im Februar des folgenden Jahres sagte die Bill & Melinda Gates Foundation eine Förderung von einer Million Dollar für die kommenden zwei Jahre zu. Am Ende des Jahres legte das IPPPR und ihre Vorsitzvorschläge vor, die mit denen der Großspender ihrer Stiftung übereinstimmten. So ein Zufall aber auch. Dort heißt es, das Panel glaubt, dass das internationale System eine fundamentale Transformation braucht, um zukünftige Pandemien zu verhindern. Da ist es wieder. Transformieren, eins der Modeworte. Sie wollen transformieren. Sie wollen auch uns transformieren. Transformieren heißt, in einen höheren Zustand bringen. Das erzählt man uns auch immer, was unser Gesellschaftssystem angeht mit der Migration. Man will uns transformieren. Ich will aber nicht transformiert werden. Mich hat doch keiner gefragt, ob ich das will. Es ist auch nicht demokratisch verabschiedet. Und das ist, wie gesagt, wieder der Konstruktivismus, der Gottkomplex, der Frankensteinmythos, das man den Menschen und die Gesellschaften von oben umbauen muss, statt sie sozusagen evolutionär wachsen zu lassen. Gut. Ziel sei die Stärkung gesetzlicher Verpflichtungen und Normen. Auf der Basis der Empfehlung des unabhängigen Pendels beschloss die WHO-Gesundheitsversammlung im Dezember 2021 Verhandlungen über Instrumente der Pandemie-Vorsorge wie einem Pandemie-Vertrag und Änderungen der globalen Gesundheitsvorschriften aufzunehmen. Das ist also der Kreis der Personen und Organisationen, die die aktuelle Initiative für den Pandemie-Vertrag und die Änderung der globalen Gesundheitsvorschriften wesentlich vorangetrieben haben und in deren Hände wir unser Schicksal legen. Sie sollen das Recht bekommen, über unsere Freiheit, unsere Bürgerrechte und unsere Gesundheit zu verfügen. Anders als zu Zeiten von Corona werden nicht mehr demokratische Parlamente über Pandemie-Maßnahmen und Impfpflichten entscheiden und demokratisch gewinnt die Regierungen ihnen rechenschaftspflichtig sein. Die nationale und internationale Pandemie-Politik wird nur noch von grünen Milliardären und ihren privaten Stiftungen und von Pharma- und Finanzinteressen bestimmt werden. Für den Schutz der Grund- und Bürgerrechte und der Halt unserer Demokratie ist es notwendig, die Ratifizierung des Pandemie-Vertrages und vor allem die Änderung der internationalen Gesundheitsvorschriften mit allen rechtlichen und parlamentarischen Mitteln zu verhindern. Ein wahnsinnig guter Artikel, der dürfte ziemlich lang geworden sein, ich werde ihn teilen müssen. Ich werde ihn in zwei Teile teilen, wahrscheinlich, sonst wird es nicht klappen. Aber so eine Beleuchtung ist so wichtig, dass jemand das mal aufdeckt, eine meiner Ansicht nach hervorragende Arbeit von der Storch. Das muss Leute erreichen, das muss thematisiert werden, das ist die einzige Chance, hier noch was zu retten. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Michel einfach weiterschläft und sie nicht interessiert, ist groß. Aber dann gehen wir direkt hier in die Slaverei. Und dann sage ich euch gleich, was kommt. Dann treten die auf, dann gibt es ganz schnell eine Pandemie und dann gibt es ganz viele Zwangsimpfungen. Und dann dürfen wir uns alle regelmäßig 3, 4, 5, 6, 7 Spritzen abholen und die alle mit unseren Steuergeldern bezahlen. Die machen sich die Taschen voll und jetzt, was dann passiert, möchte ich nicht sagen, weil das Video sonst gesperrt wird. Also dann sage ich mal einfach, gucken wir mal, was passiert. Ihr wisst, denke ich, worauf ich hinaus will. Das wäre eine Revolution. Und das würde Demokratie, Menschenrechte und Grundgesetz aussetzen können. Und das darf nicht passieren. Wenn ihr meine Arbeit schätzt und diese Informationen und dass ich eben Dinge berichte, die andere nicht berichten, dann teilt bitte die Videos. Kommt bitte auf den Wannenwolf, das ist der Zweitkanal. Dann bitte einsamer Wanderer 4. Das ist Twitter. Dann den Lone Wanderer auf Getter. Dann einsamer Wanderer bei TikTok. Und ja, ich glaube, das war es eigentlich. Ja, da bitte hinkommen. Mich teilen, teilen, teilen. Teilen pushen bitte. Ich danke euch und auf bald. Vielen Dank.